Hallo zusammen, ich bin Kevin. Und ich bin Edison. Wir sind die leignende Konstrukteure bei der ElectroX Professional AG. Wir zeigen euch heute unseren Berufsalltag. Kommt mal mit! Wir bekommen die Aufträge für neue Bauteile, zum Beispiel in der Produktion oder auch direkt vom Kunden. Danach bauen wir die Bauteile in einem Computer, in einem CAD-Programm auf und machen die dazugehörigen Zeichnungen. In unserem Beruf braucht man ein gutes Vorstellungsvermögen, gute Kenntnisse in Mathe und man muss genau arbeiten können. In der Lehre machen wir ein 6-wöchiges Hegstattpraktikum in der eigenen Produktion. Dort legen wir alle Schritte von der Herstellung von Bauteilen bis zum Montagscanner. Für uns sehen wir direkt in der Produktion, wie die für uns geplanten Teile hergestellt werden. Ausserdem gibt es in unserer Firma viele Events wie unser Firmenessen und unser Lehrlingsausflug. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in unseren Berufsalltag bekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewege dich noch heute.